Der älteste Sohn und die älteste Tochter von insgesamt acht, die waren ja schon heiratet, hatten schon Kinder. Der drittälteste, der war Soldat in der Nationalen Volksarmee und der nächstältere war auch schon in einem Beruf. Und die Eltern haben denen nicht mal gesagt, dass sie flüchten wollen, weil man Angst hatte, das wird bekannt. Sie waren erst mal, wie mir mein ältester Bruder Hans dann erzählte, etwas isoliert. Also sie waren erst einmal ein bisschen alleine gelassen, die Leute waren vorsichtig, aber man hat dann festgestellt, es gab keine Repressalien direkter Form und dann ging es auch wieder ganz normal. Ich selber habe dann, als ich ins Bundeswirtschaftsministerium zum Beispiel kam, 1976, musste ich sogar was unterschreiben, dass eben Reisen in die DDR der Geheimhaltungspflicht für Geheimnisträger im Bundeswirtschaftsministerium unterliegen. Und das war die ganzen Jahre und später, als ich natürlich aufstieg, noch mehr der Fall, dass meine berufliche Stellung mich etwas abgehalten hat, selber oft in die DDR zu reisen. Aber das haben meine Brüder getan, also der Kontakt war immer da. Später sind ja dann außer den zwei Ältesten, die dazwischen auch noch geflohen, über Friedland sind sie zu uns gekommen. Späterinnen